Ich kann nicht mehr. Ja, hau ab ey. Who can say where the man who goes when he the sky don't flows all the time? I'm fine. Dass ich nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Wir haben ja vorhin schon eine Runde gespielt und ich war ungefähr ganz unten und mein Mitspieler, von dem ich noch gar nichts erzählt habe, dem Papierherzog, der war ganz oben. Ja, es geht bis 32, ich weiß nicht, hast du es jetzt gesagt, ich habe es nicht gehört. Aber diesmal klappt es besser. So, ich bin sogar weiter oben als du. Ja, ich komme gerade gar nicht voran, weil ich habe die ganze Zeit solche... Wo ist denn das Teil? Hä, wo ist denn das? Ach da. Wir sehen, wenn das auf einem war, dann spawnt der nächste. Ich sehe schon, du speicherst gerade jeden Block ab. Ja. Aber dann spawnen die Blöcke langsamer. Echt? Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Also, du bist eine Hilfe, ne? Du bist eine echt gute Hilfe. Ich habe mich verplant. Ich komme dir ja gar nicht mehr. Warum sagst du mir sowas noch nicht? Habe ich voll verplant. Ey, Mann. Okay, jetzt. Er speichert einfach jeden Block. Wie lange sie... Ja, ich wusste es ja nicht. Ich wusste es ja nicht. Oh Gott, ich schaffe... Oh Gott, es wird Jahre dauern. Aber ich komme jetzt auch nicht voran, also... Oh, ausgerechnet war ich noch wunderbar. Mähno. Mann. Bald kommt der Peperonin-Nafiosi. Er hat einfach jeden... Jeden Block gespeichert. Ja, ich wusste es nicht. Das hättest du mir vorher sagen können. Das hättest du mir vorher sagen können. Entschuldigung. Jetzt kommt einfach kein Block mehr. Ach da. Okay, schaffe ich den? Äh, ja. Tut mir leid. Mann. Muss ich warten. Das ist ja richtig lustig. Ach, jetzt sehe ich erst, dass man in der Erfahrungsleiste sieht, wann die Blöcke spawnen. Das ist cool. Jetzt tue ich einfach nicht mehr saven. Außer es kommt ein riskanter Sprung. Ja, bei riskanten tue ich immer saven. Oh. Ah, jetzt der wird riskant. Ich riskiere es und... Untergefallen. Ah, toll. Oh, jetzt sind wir auf einer Höhe. Hey. Ich will nur vor dir gewinnen. Ich will nur vor dir gewinnen. Ich glaube, keiner von uns wird gewinnen. Ich will nur vor dir stehen. Mein Name soll nur vor deinem Namen stehen. Ach so, das willst du. Ja, jetzt willst du. Ja, bei dir spawnen die normal. Toll. Und wir spawnen die einfach Instagram bei dir normal. Ja, toll. Das hättest du mir ruhig früher sagen können. Mann, guck dir euch an, ey. Ich hab aber zu meiner Verteidigung. Das hat er mit aufsicht gemacht, damit ich verliere. Du hast ein Buch, das kannst du dir durchlesen, so ein Regelbuch. Ja, aber hier nicht. Hier hab ich kein Buch. Mann. Wo ist es denn? Hey. Ich bin, guck mal, hinter dir. Guck mal, hinter dir. Er muss einfach auf seinem Block warten. Das ist so unfair. Ich bin's lustig. Ja, du. Toll. Sind einfach sechs Ebenen entfernt. So. Jetzt ist er. Und runtergefallen. Ja, toll. Ich will das dritter werden. Nee. Das willst du nicht. Jetzt gebe ich gerade richtig Vollgas. Also in der nächsten Runde denke ich dran. Ja. Das hast du nur gemacht, damit du gewinnst. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Das hat so gut angefangen, ne? So gut. Mann. Na, komm, ich will noch dritter werden. Ich bin gleich auf mit dem einen da. Ich möchte noch die Sieben erreichen. Dann bin ich glücklich. Ja, wenn der bleibt. Sie sind schlecht. Alle sind schlecht. Im Chat, alle sind schlecht. Wo ist er denn? Ja. Er schreibt einfach, alle sind schlecht. Ja. Ich bin nur gefallen. Hä? Hä? Leckt es jetzt? Ja. Okay. Dachte schon, weil ich war im Boden gekocht und dachte so. Hä? Toller Server. Gott, das ist ein weiterer Sprung. Unmöglich. 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 Na, Kobi. Das ist das Schlimmste bei Jump'n'Runs, wenn's lag. Ne, ey. Hä? Ich war doch schon bei 22. Warum bin ich jetzt bei 15. Oh. Oh. Äh, ich war bei 22. Und... Ich war bei 6. Okay, dann würde ich sagen, hängen wir an das Ganze noch eine Runde dran. Ja. Weil der Ei chillt ja jetzt. Ja. Guck, ein Ei hier. Kriegst ein Ei. Oh. Daneben leider. Na gut. Dann komm mal. Ich hab dich gerade abgeworfen. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, der schaut aber traurig. Der O7-Null-Krafter. Der sieht doch voll süß aus. Der ist traurig. Der sagt, lass mich in Ruhe, ich will Stern. Ja, nein, ich weiß auch, warum er traurig ist. Der kommt hier nicht mehr rein. Oh, nein. Alle kommen her. Alle fallen. Ach, ich bin auch fallen. Nein. Okay. Okay. Muss aufnehmen. Okay, dieses Mal gehe ich weg von euch. Bist du euch? Geht weg von mir. Das ist mein Block. Das ist mein Block. Willst du aufnehmen? Ja, natürlich. Ich soll mich auf. Hallo. Ich sollte auch sagen, dass das jetzt die zweite Runde ist. Und ich find mein Block nicht. Wo ist mein Block? Welche Farbe denn? Ich hab grün. Ah, jetzt. Hier ist ein grün. Direkt neben dir. Dann tue ich hier einmal provokant speichern, obwohl die kommen. Ich will dir ja nicht im Weg stehen. Da ist eine Fliege in meinem Zimmer und die fliegt umher. Oh, ich hab wieder eine Fliege. Ich mag keine Fliegen. Die sind böse. Beide. Das sind die. Die. Okay, hier speichere ich mal. So. Speichern wir es überall, weil dann gibt es so ein kleines Easter Egg. Ah ja? Gibt es ein Easter Egg? Ja. Ja, damit es wieder langsamer kommt. Ich hab dir gleich Easter Egg. Nein, warum bin ich so blöd eigentlich? Kannst du mir das sagen? Ja, das will ich dir nicht sagen. Ach so. Tut mir leid. Willst du mich nicht beleidigen? Nee. Ich bin eigentlich nicht so. Okay. Ja, läuft doch langsam ein bisschen, ne? Äh, okay. Ja, und das konnte man doch gar nicht schaffen. Es gibt schon Blöcke, wo man gar nicht schaffen kann, oder? Nein, das Spiel kann man wirklich alle Sprüngen schaffen. Echt? Ja. Das ist immer so ein Millimeter. Minecraft Millimeter. Die Minecraft Millimeter. Nein. Wenn ich weiß, dass sie ein... Ich fall einfach jetzt die ganze Zeit runter. Ist doch gut. Bis die Blöcke immer so passend kommen. Also ich versuche jetzt einfach den Sprung. Auch wenn ich sehe, dass er nicht passend ist, weil es kostet nur Zeit. Die Boller. Ich bin direkt über dir. Ey. Ich bin schon wieder so weit unten. Ich kann das einfach nicht. Das ist nicht so mein Ding. Ja, aber ich spiele es auch übel selten. Echt? Ja, ja. Sagst du nur so. Du willst nur cool dastehen, ne? Ja, wirklich. Wirklich. Du willst nur cool dastehen. Gib's zu. Na gut. Oh, jetzt kommt es wie so eine Treppe. Ah, da ist ein Block. Hallo, Block. Das war ja unmöglich. Also bitte. Unnötig, ey. Und runtergefallen. Ja, ich bin jetzt da. Mano. Ich bin so doof. Wieso speichere ich nie? Tja, weil du doof bist. Ich wollte dir jetzt nicht so direkt sagen, aber es ist halt die Wahrheit. Tut mir leid. Okay. Ich habe gewonnen. Nie mei leid. Ja. Ach, verdammt. Hacker. Ist das Spiel jetzt zu Ende oder nicht? Hä? Ich habe das Klingering gehört. Klingering. 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 Klingeringering. Die 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 de de. Hahahaha. Klingeringering. ��ermone. Ach, komm. Komm. Ach. Ah. Da ist ein Block direkt unter mir, äh, über mir. Ja, passiert. Voll der Arsch. Ich heiße den jetzt. Nein. Ich finde den auf YouTube und dislike alle seine Videos. Oh, ist das mies. Das mache ich jetzt. Voll das Arschloch. Ich dislike es ohne, ohne es mies. Ja, da war letztens auch einer auf meinem Kanal irgendwie zu finden. Ja? Ja. Er hat auch ein paar Videos einfach so gedisliked. Ja, ja, bei mir auch. Gibt's auch. Ab und zu halt, ne? Ich glaube, der hat meinen Kanal extra abonniert, um mich zu disliken, weil, ähm, als die Dislikes nicht mal kamen, war halt einer weniger oder so. Lau. Voll der Lau. Ich hasse sowas. Ich habe aber auch einen Hater. Passiert. Aber ich bin in diesem Modus halt unglaublich schlecht. Ja, ich habe gewonnen. Ja, du hast es echt gut geschafft mit 15. So, ja. Aber ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Ich schaue mich an. Ich soll dich anschauen? Ja. Komm her. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da oder schreibt dazu was in die Kommentare. Vergesst nicht beim lieben Manuel vorbeizuschauen. Ja. Beziehungsweise dem Papierherzog. Mhm. Und wir sehen uns zu einem anderen Video dann wieder. Wahrscheinlich kommt heute noch eins. Ich will nichts versprechen. Aber ich denke, es kommt noch eins. Also bis bald und Cheerio. Tschüss. Ja. claytona. Tschüss. Vielen Dank. 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 Bye. Bye. Bye.